Wenn Sie ProWise Central 3.0 installiert haben, können Sie auch loslegen mit ProWise Move. Den finden Sie hier. Es öffnen sich jetzt verschiedene Spiele. Sie können hier die Sprache einstellen. Wenn Sie ein Spiel öffnen, können Sie auch Übungen auswählen, die Geschwindigkeit des Spiels anpassen oder die Spielzeit. Weiter gibt es unter dieser Informationsfläche noch eine kurze Erläuterung. Weiterhin können Sie dann auf Start drücken und anfangen. Möchten Sie mehr wissen, gehen Sie zu move.prowise.com.